welcher präsident von dieser behausung ich habe keine ahnung und hier erhalten wir den meister bei dem wir sowieso nicht einsetzen werden also bin ich aber überlegen ob ich den nicht sowieso wegschmeißen wenn wir ein besseres item finden da ich habe mein festes team schon habe und ja genießen wir mal ein bisschen diese musik toll jetzt mache ich sie sowieso kaputt ich habe die treppe da rechts gar nicht gesehen habe vorhin deswegen bin ich gleich in den fahrstuhl gesprintet so dann werden wir jetzt erst mal unsere pokémon heilen gehen und dann werden wir mit ibitak ein bisschen trainieren und zwar werden wir in diesen kampf in dieses kampfhaus neben der arena gehen und da einfach unser noch schon abholen obwohl auch wenn wir es nicht unser unser team holen werden aber die pokémon trainer davor sind ein gutes training für ibitak dann haben wir das auch noch mal ein bisschen hoch gelevelt wenn wir noch glurak in der arena selbst ein bisschen leveln dann haben wir schon mal zwei pokémon mit einem riesigen level vorsprung die uns zur not immer noch unser kleinen popo retten können gesagt getan ab ab ins haus hier ist die arren arren und hier ist die arren gehen wir erst mal in die arren und nicht in die arren an und aha ich hab doch nidoron noch vorne nidoron was ist nidoron rihon ich war mit meinem neu ausgedachten pokémon hier jo x angriff mhm du hättest mir auch so wahrscheinlich one hitten können mit deinem komischen karate schlag da oder fußkick was auch immer du einsetzt fußkick weil ich doof bin und meinen pokémon nicht gewechselt habe und trotzdem nehme ich diese erfahrung noch vor rihon mit ich werde diesen namen nie ordentlich aussprechen können deswegen nein ich klicke zu schnell deswegen hoffe ich mal dass es sich bald zu einem rizeros entwickelt weil das kann ich wenigstens aussprechen das ist sowieso viel cooler und ich hoffe mal das sprite ist auch besser und nicht einfach so ein komischer klumpen ebitak jetzt aber wie gesagt alle guten dinge sind drei heute bei mir mal wieder und borschnabel sollte das auch erledigen jo und wieder schöne erfahrungspunkte für ebitak und schwarzgurt ja wäre auch blöd wenn er rotgurt heißt wenn es ein schwarz weiß spiel ist wäre ein bisschen aus dem sinn gerissen alles im zusammenhang noch ein schwarzgurt hey ja mit einem mach holo und einem marschock werden wir ja gleich sehen reicht schnabel eigentlich schon dafür aus natürlich nicht obwohl doch x angriff die sind ja immer so schlau und müssen ihre pokémon mit steroiden noch vollpumpen und dadurch schneller besiegt werden mir soll es recht sein wir nehmen keinen schaden und dies ist komisch aus cinema schock es schielt es schielt mach es weg gut tausend erfahrungspunkte nochmal für unser ebitak und gleich müsste es auch schon level 41 kommen da kämpfen wir auch schon gegen den nächsten schwarzgurt mit schwarzen haaren und er hat ein raser level 36 was allerdings mit einem burschen aber auch wieder besiegt ist job auch mit dem volltreffer immer noch nicht level 41 mhm interessant es hält also doch ein bisschen mehr äh es dauert also doch ein bisschen länger als erwartet um jetzt noch ein paar level aufzusteigen ähm schnabel sollte hier ausreichen ja auch mit dem volltreffer sehr schön noch ein manki ok kriegt auch noch ein schnabel auch ohne volltreffer besiegt mit einem schlag und da sind wir noch level 41 und sehr schön viel leben dazu bekommen und wir bleiben einfach mal auf ebitak machen noch einmal ein borschnabel und besiegen auch dieses kleine raser für level 31 nur warum auch immer du der letzte trainer bist mit deinem verdammten schwachen pokémon soja laber mich nicht voll achso du kämpfst auch noch gegen mich das habe ich vergessen das noch schon und genau stimmt ja noch mehr freie erfahrungspunkte für ebitak sehr schön boah schnabel rams einfach alles weg 1100 wieder und nochmal 1000 komm schon ach wie putzig das kleine töfte und auch weg also ein wenig überlevelt aber muss so sein schön sei wütend ich freue mich denn ich kriege hier einen preis und zwar ein kickli kicker nein ich will einen noxchan ein puncher was allerdings auch nicht in unser team kommt gehen wir gleich in die arena ja wir setzen einfach mal unser klug nach vorne sollte ausreichen um gegen sabrina anzukommen und hier einfach da ich keine ahnung habe einfach immer mal nach oben und unten rennen irgendwann werden wir ja wohl ankommen oder auch nicht das könnte ich jetzt ein bisschen länger hinziehen ich habe keine ahnung ob man so überhaupt zum ziel kommt wir werden ja sehen wir müssen ja alle miteinander in gewisser art und weise verbunden sein das ging schnell wir sind einfach mal alle trainer umgegangen ah wie schön das freut mich doch erst außen alle trainer mitnehmen um die pokémon zu trainieren und hier einfach alle stehen lassen das ist natürlich auch eine super art und weise seine pokémon zu trainieren denn ohne ein rizeros kommen wir nicht auf die cenova insel rüber zur siebten arena was hab ich mir dabei denn gedacht schlitzer sollte das kabadabra eigentlich platt machen dadurch wie gesagt physische attacken gegen abacabadabra simsala neet neet panthimos ja okay Wow, machen wir Schaden Wow, machen wir Machen die uns keinen Schaden So rum So rum und nicht anders Das war's auch mit Pantimos Und jetzt kommt ein Du hast das, Omot? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Da sind die beiden zusammen Und haben sich dadurch so Na, und so, Pokémon da Ihr wisst schon Gift ist natürlich wieder super toll Psystrahl ist natürlich auch super toll Könnte uns im schlimmsten Fall noch verwirren Alter Alter Fuhr Ich will nicht mein Glorak verlieren Ist verwirrt Ach, danke Und was haben wir hier als nächstes Pokémon? Erstmal kommen wir mit 42 Mit unserem Glorak Und als letztes haben wir Simsala Da können wir eigentlich auch auf Ibitak wechseln Und hoffen, dass mit einem Borschnabe besiegt ist Mit 43 Wow Nicht schlecht, nicht schlecht Ziehstrahl Es ist schneller als unser Ibitak Oh 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 Böse Schlitzer Hoffen wir uns auf unser Glück Gift schadet Reflektor Oh 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 Puh War doch Ein super Kampf Sabrina auch besiegt Und Wir halten auch hier unseren sechsten Orden Den Sumpforden Ach, du hattest den Sumpforden Moment Wie ist dann der andere? Oh verdammt Wie mir jetzt erst auffällt Wie mir jetzt erst auffällt Das Ähm Ja Unser Inventar ist übrigens voll Was könnten wir denn mal weglegen? So einen Meisterball kann man noch einfach mal in den Müll werfen Ja, ihr habt richtig gesehen Ich hab den Meisterball weggeworfen Oh Schlimm Dem 46 Ja, Mann Wie ich irre, ist das Psychokineser? Hat sie das nicht eben auch schon gesagt? Psiwelle? Hä? Hä? Kennt ihr nicht Und unser Glurak ist natürlich wieder vergiftet Jetzt dürfen wir hier wieder alle Dings durchlaufen Aber dass man gegen keinen Trainer kämpfen muss Ist ja Super gemacht Und wir kriegen keinen Giftschaden Weil wir uns immer teleportieren Und Und es dann auf Null gesetzt wird Es sei denn, man fällt natürlich wie ich wieder Und kriegt trotzdem Giftschaden Und da sind wir auch wieder am Start Sehr schön Jetzt noch schnell zurück zum Pokémon Center Meinen Glurak heilen Und dann werde ich denke ich mal ein bisschen Offscreen trainieren Ja Damit wir auch ein schönes kleines Rizeros haben Oder ich werde mal gucken Wann unser liebes Rihorn sich weiterentwickelt zu Rizeros Vielleicht nehme ich auch erstmal das Lapras Um einmal auf die Zinnobeinsitz zu surfen Und Wechsel es dann auch wieder aus Werden wir alles noch sehen Allerdings werde ich hier auch erstmal Die Aufnahme beenden Wir haben heute wieder viel geschafft in der Aufnahme Ich habe wieder lange aufgenommen Und ja Ich hoffe ihr seid auch bei den nächsten Folgen wieder dabei Wenn das heißt Wir spielen zusammen Pokémon Die Blaue Edition Bis dahin